ARD Text im Auftrag von Funk Wir sind hier in St. Johann, in welcher Bar? Jao Bar. Ich bin hier einfach rein gekommen und habe euch angequatscht. Wir haben uns vorher nie kennengelernt. Wir kennen uns eigentlich immer noch nicht. Das ist ganz wichtig. Kannst du dir das bestätigen und schwörst auf irgendetwas, dass wir uns nicht kennen? Das ist wichtig. Das ist eine freistellige Zahl. Du konzentrierst dich auf die Erste. Jetzt konzentrierst dich auf die Zweite. Kannst du diese Kamera haben, dass wir das Gesicht sehen? Ja. Dass du die Kamera hättest, dass wir das Gesicht sehen. Ach so, ja. Konzentrierst dich noch einmal auf die Zahl, wenn du darüber denkst? Erste Ziffer, zweite Ziffer, dritte Ziffer. Ich bin mir wieder unsicher. Ich glaube, ich bin unsicher bei der letzten Ziffer. Also der erste auf die erste Ziffer. Ich glaube, die zweite Ziffer ist ein Vier. Ja. Die letzte Ziffer ist ein Sini. Ja. Jetzt fahre ich noch die Vorder rein. Dann fahre ich noch die Vorder rein. Dann fahre ich noch die Vorder rein. Und dann fahre ich noch die Strecke. Sieben, vier, neun. Ja, ist gut geworden. Ja, ich habe mich auch konzentriert. Ja, aber es ist wirklich so. Einfach Gedanken, oder? Ist es da so? Da kann man irgendwie einfach ... Ja, irgendwie so, ja. Da kannst du mich einfach in den Gedanken lassen, was ich gerade denke. In diesem Moment siehst du durch die Augen und dann weisst du, was ich denke. Für mich fasziniert es mega, wenn es etwas funktioniert. Ich weiss auch nicht, wenn du einfach jemanden schon anschauen kannst und dann so die einzelnen Zahlen irgendwie nutzen. Das ist speziell. Ich habe es auch recht fasziniert empfunden. Weil ich kann mir das wirklich gut erklären. Du kannst einfach Leute ... so lesen irgendwie. Oder Gedanken irgendwie. Ich weiss nicht, wie das genau ... Fachausdrücke. Du kannst einfach ... Du kannst einfach durchlesen, was ich gerade denke und so. Ich nehme mir mal an. Ich meine vor allem unbekannte Leute oder so zu. Ich bin ein offener Mensch. Aber ... Du kennst dich nicht. Und dann gerade so alles bereichern ist halt schon ... Eine Zahl. Ich denke, es braucht auch viel Liebe. Training, Training, Training. Und dann mit der Zeit ... Dann kommt es dann irgendwie. Wie kann mir das lassen? Ich hätte mal eine Zahl zwischen 1 und 10. Jetzt nochmals? Nein. Ich bin nicht die Wahrheit. Nein. Ich bin nicht die Wahrheit. Ich habe es einfach gesehen. Es steht im Auge. Ich muss sagen es euch. Nein. Ich stelle jetzt aber nicht so. Okay. Drei? Nein. Nein. Nein.